Robin Hack, gute Aktion jetzt. Gefährlich! Und die Flanke! Geiss! Der Kopfball ist drin! Und Tor! Klasse Treffer, gutes Timing, den musst du erstmal so machen. Super Kopfball, ein klasse Tor. Ja, diesen Treffer, den gucken wir uns natürlich nochmal an. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einwandfrei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Und da haben wir es nochmal, das Kopfball-Torbuschi. Ja, Wolf, da hat es gepasst, aufmerksam vorbereitet, kühl verwandelt, klasse!